Hallo und willkommen zu meinem zweiten Tutorial auf diesem Kanal. Heute werde ich euch zeigen wie ihr kostenlos YouTube Videos downloaden könnt. Als erstes braucht ihr aber das Programm Free YouTube Download. Das könnt ihr euch bei Chip downloaden. Ich werde den Link auch noch in die Beschreibung setzen. Da klickt ihr einfach auf zum Download. Wie eigentlich beantwortet und dann wartet man diese drei Sekunden. Und da muss man das ausführen. Ich könnte auch später noch das ausführen. Okay. Den Link in die Beschreibung setzen. Nachdem ihr das gedownloadet habt, starte ich das mal. Wählt ihr irgendein Video aus? Ist euch egal. Keine Ahnung. ASDF, ASDF. 1 Ja. 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 Okay, der liegt einfach herunterlanden. Als es herunter... Ich hätte es jetzt nicht mehr haben. Wo es dauert ja gar nicht zu sagen, ja. Ja, ich brauch's ja nicht. Der könnte jedes Video euch downloaden und ich hoffe auch, dass es euch weitergeöffnet hat. Und bitte abonniert meinen neuen Kanal und kommentiert das Video. Also, ciao.